Hallihallo und herzlich willkommen auf unserem Videokanal. Heute haben wir einen seltenen Gast bei uns, ein Produkt aus dem Hause Onkyo. Genauer gesagt den TX-RZ50, ein 9.2 Netzwerk AV Receiver mit Dirac Live Einmessung. Was dieser 14 Kilo schwere Bolide so alles auf den Kasten hat, klären wir heute in diesem Video. Hinsetzen, anschnallen und los geht's. Turbulente Jahre liegen hinter dem traditionsreichen Hersteller Onkyo. Durch die Insolvenzanmeldung im November 2020 war Onkyo wirtschaftlich nicht in der Lage, weiterhin Produkte herzustellen und zog sich größtenteils im Jahr 2020 aus dem Markt zurück. Im September 2021 erwarb die Premium Audio Company die Marke Onkyo. Mit der Übernahme und den einhergehenden Rettungen der Marke konzentrierte sich die Premium Audio Company im ersten Jahr vorwiegend, auch wegen der Chipkrise, um den US-amerikanischen Markt. Im Juli letzten Jahres kündigte man endlich das langersehnte Comeback der Marke auch für den deutschen bzw. europäischen Markt an. Und da Konkurrenz ja bekanntlich das Geschäft belebt, freuen wir uns, dass Onkyo endlich wieder erhältlich ist. Vorab sei noch erwähnt, dass hier nicht nur die Markenrechte erworben worden sind, sondern auch der Großteil der Entwicklung und die Fertigung geblieben ist und wir hier richtige Onkyo-Qualität in den Händen halten dürfen. Als langjährige Onkyo-Fans freut uns das umso mehr. Doch kommen wir nun zum Onkyo TX-RZ50, einen prall gefüllten TX-zertifizierten AV-Receiver mit 9.2 Kanälen und einem 11.2 Processing. Sprich, es kann über eine separate Endstufe zusätzliche zwei Kanäle angesteuert werden. Neben der Unterstützung von Dolby Atmos, DTS-X, Dolby Vision, 8K, 4K und HDR10 Plus stehen auch sämtliche Streaming-Dienste wie Tidal, Spotify, Amazon Music oder TuneIn zur Verfügung. Im Inneren sorgt ein Hochleistungsnetzteil für einen gleichmäßigen und konstanten Stromfluss. Dieser trägt zur Reduzierung von Verzerrungen und Rauschen bei und sorgt dafür, dass der Klang immer klar und deutlich ist. Mit einer Ausgangsleistung von 120 Watt pro Kanal verfügt er über genügend Power, um einen großen Raum mit Sound zu füllen. Der Verstärker ist außerdem mit der von Onkyo entwickelten Dynamic Audio Amplication Technologie ausgestattet, die für eine hohe Klangqualität bei minimaler Verzerrung sorgt. Darüber hinaus verfügt der RZ50 über eine Funktion namens Wired Range Amplifier Technology, die zur Verbesserung der allgemeinen Klangqualität des Verstärkers beiträgt. Dazu gehören ein Design mit geringer negativer Rückkopplung, eine hohe momentane Strombelastbarkeit und eine hohe Anstiegsgeschwindigkeit. Alle diese Eigenschaften zusammen sorgen für einen stets präzisen und dynamischen Klang. Zudem ist der Onkyo TX-RZ50 TRX Select zertifiziert, was bedeutet, dass er strengen Tests unterzogen wurde, um sicherzustellen, dass er die hohen TRX-Standards für Klangqualität, Leistung und Verzerrung erfüllt. Der eingesetzte Lüfter, den den ein oder anderen vielleicht schon aufgefallen ist, soll eventuell über Hitzung zuvorkommen. In unserem ausführlichen Test drehte sich der Lüfter kein einziges Mal. Bei den Anschlussmöglichkeiten hat Onkyo wahrlich nicht gegeizt. Zunächst einmal verfügt er über 7 HDMI-Eingänge und 2 HDMI-Ausgänge, was bedeutet, dass sie all ihre Geräte wie einen Satellitenempfänger, Spielekonsole, Blu-ray-Player, Media Player und vieles mehr anschließen können, ohne ständig Kabel umstecken zu müssen. Die HDMI-Eingänge unterstützen alle 4K und 8K. Neben Harding-E verfügt der Onkyo TX-RZ50 über eine Vielzahl von analogen Komponenten und digitalen Eingängen. Es gibt mehr als genug Eingänge, um wirklich all ihre Geräte anzuschließen. Der TRX-zertifizierte 9.2-Kanal-AV-Receiver lässt sich problemlos in ihr bestehendes Smart Home-Ökosystem integrieren, einschließlich Apple Airplay, Alexa, Apple Apps und vieles mehr. Sie erhalten ein äußerst leistungsfähiges und kompatibles Netzwerkgerät. Der Zugang zu Spotify, Tidal, Deezer, TuneIn und Co. ist wie eingangs erwähnt auch ohne Probleme möglich. Zur Steuerung kann man hier auch einfach und bequem auf die kostenlose Onkyo Control App für Apple und Android Geräte zurückgreifen. Die integrierte hochmoderne Dirac Live Raumkorrektur-Technologie schöpft das volle Potenzial ihrer Lautsprecher aus und verbessert die Audioleistung über das gesamte Frequenzbank ohne zusätzliche Upgrades. Dirac Live kalibriert automatisch den Klang in ihrem Raum entweder mit ihrem Smartphone und dem mitgelieferten Kabel gebundenen Mikrofon oder praktisch kabellos mit der Dirac Live PC oder Mac OS Anwendung und einem USB Mikrofon eines Drittanbieters, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Damit erhalten sie eine genauere Messung der Positionierung ihres Surround Sound Systems, was zu einem präziseren und ausgeworfenen Klang und ein besseres Ergebnis führt. Um wirklich das Maximum aus der Raumkalibrierung zu erhalten, empfehlen wir hier das separat erhältliche UMIC 1 Mikrofon von Mini DSP. Onkyo gelingt mit dem TX-RZ50 eine preislich wahre Ansage. So bezahlt man bei den Mitbewerbern im Feld AV-Receiver weitaus mehr für die gleiche Performance. Im Punkto Konnektivität, Qualität und dem Dirac Einmesssystem setzt der Onkyo in seiner Preisklasse durchaus Maßstäbe. Jeglich bei der Audioformatenvielfalt muss er sich zumindest bei dem Audioformat Auro 3D geschlagen geben, was für den einen oder anderen wohl aber verkraftbar sein dürfte. Als Alternative steht hier immerhin Dolby Atmos und DTS-X zur Verfügung. Wenn man auf der Suche ist nach einem leistungsstarken und nicht allzu teuren AV-Receiver ist, sollte man den TX-RZ von Onkyo definitiv auf den Zettel haben. Es ist mal wieder soweit und das Ende naht. Wir bedanken uns bei allen Zuschauern. Sollte euch das Video gefallen haben, so vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren und dieses Video einen Daumen nach oben zu geben. Bis zum nächsten Video.